hallo schnee hübschen und willkommen zurück zu einem neuen video von mir und zwar geht es heute mal wieder um das thema ich war ein bisschen sehr viel jobben und das heißt ich war heute bei action und bei teddy gewesen und die teile möchte ich euch heute auch gerne wieder zeigen was ich mir dort gekauft habe und werde euch dann auch ungefähr erklären was ich eigentlich damit vorhabe ja so ich würde sagen wir fangen jetzt erst mal mit den action sachen an so das wäre einmal von dummiel baking paper roll habe ich mir deswegen mitgenommen es gibt mittlerweile heutzutage wirklich ganz ganz selten nur noch backpapier was wirklich weiß ist ich bin ganz ehrlich also ich habe mich nur an diesen hier an dieser an dieser farbe da vorne orientiert ich werde es jetzt mal zusammen mit euch öffnen damit wir direkt nachgucken können ob es auch wirklich weiß ist weil ich ich packe meine meine seifen die ich selber mache packe ich immer lieber in papier ein weil das halt umweltfreundlicher ist als irgendwie in plastiktüten oder so von daher finde ich packpapier super und wie ihr seht ich habe glück es ist wirklich weiß dann kann ich mich später auf meine ganzen seifen einpacken und schimpfizieren freu ich mich super so dann habe ich mir bei action einmal acryl ne soviel zum thema acrylic paint ich meine aussprache in sachen englisch lässt auch zu wünschen übrigens das ist ganz mal acryl farbe in einen kompletten set ja also das waren 16 fahrten mit klappt für 3 euro 3 euro 96 oder so und also ich finde da kann man echt nichts gegen sagen vor allen dingen ich brauche immer acryl farbe eventuell werdet ihr auch im laufe jahr ein paar videos sehen warum und weshalb oder wofür ich die acryl farbe gebrauche ja doch gebrauchen kann oder brauchen werde und ja dann habe ich mir die natürlich dazugehörigen pinsel gekauft das war jetzt dieses komplette set für noch keine zwei euro ich glaube es war 1 49 also kann man auch nicht meckern dann das war ja noch alles von action kleinen moment so leute da bin ich wieder ich habe jetzt gerade eben mal ganz kurz durch meine tasche durchgeguckt das ist nicht nur action und teddy sondern auch kick also ich habe tatsächlich auch bei kick was eingekauft hat es total vergessen aber wir machen jetzt erst mal weiter mit action und zwar mein mein mann der liebt es auch der mag zum modell ja so wie nennt man das modell bauen nennt man das so ich glaube schon so und jetzt dazu gab es jetzt hier bei action so ein komplettes bausatz für 2 euro 49 so und ich finde er hat spaß daran so habe ich wenigstens wieder eine neue dekoration für mein badezimmer und abend er hat spaß daran ich habe spaß daran wunderbar also besser geht es gar nicht dann habe ich mir zweimal von diesen kriakets gelungen also wie in der art Prozent normales bastel klar hätten bastel klein bastel ein das ist nämlich anwendung papierpappe glas holz und keramik also ich liebe diesen kleber deswegen habe ich mir auch direkt ne sogar drei flaschen davon gekauft die kosten übrigens 99 cent dann ihr habt ja schon mitbekommen dass ich diese also das ist so eine kindheitserinnerung von mir das habt ihr vielleicht auch schon in meinem verspäckchen video gesehen diese waffeln mit diesem honig dazwischen und ich musste sie einfach mitnehmen das sind nicht diese hier ja ihr kennt die bestimmt das ach ja genau karamellwaffeln nennen die sich ich musste die einfach nochmal mitnehmen weil kindheitserinnerung und die sind ja schon irgendwie lecker so ich glaube ich bin mit den action sachen jetzt gerade tatsächlich durch und werde euch jetzt die sachen von teddy präsentieren ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern ich hatte beim letzten mal meinem mann diesen kuli hier mitgebracht von teddy ja die kosten ja alle zwei euro so und da mein mein mann und ich wir sind halt auch leidenschaftliche zocker ja ob es jetzt sich nun mal um playstation handelt und pc spiele um super nintendo oder also wir haben auch alle konsolen naja fast alle konsolen wir wollen die jetzt nach und nach mal alle zusammen kriegen und deswegen habe ich meinem mann diesen kuli hier mitgebracht bei teddy für zwei euro wie ihr seht und leute ich fand den so cool ja also ich bin immer noch überlegen ob ich ihn nicht selber behalte mal schauen so dann von teddy habe ich mir einmal hier die kumos 50 Gramm für einen euro mitgenommen das sind alles so basteln materialien also die ich bin jetzt gerade bei einem projekt dran um das habe ich aber bereits also das habe ich bisher noch nicht auf video aufgenommen weil ich erstmal gucken möchte ob das überhaupt so funktioniert wie ich mir das gerade vorstelle und wenn es wirklich klappen sollte dann werde ich definitiv noch ein foto ja ein foto sowieso bei instagram mal rein und ein video für euch hier bei youtube machen dann einmal badhaken mit sauknapp für einen euro ja also diese finde ich zum beispiel ganz praktisch für am fenster na also da nehme ich also manche nehmen ja wirklich diese die äh diese diese klebeaufhänger dafür wo man auch die gardinen dran aufhängt aber ich habe lieber diese mal weil gehen einfacher ab und man hat keine kleberückstände dann einmal filz geleiter set für einen euro sind 27 stelle solche teile drin dann ihr seht das jetzt gerade hier im im hintergrund ich glaube die habe ich euch auch beim letzten mal schon mal gezeigt das sind diese diese kleinen taschen hier ja ich hab da jetzt allerhand kram drin die passen genau hier in meinem neuen wiko wandschreibtisch rein ich finde den ja supergeil der ist einfach an der wand gehangen ich verlinke euch den unten mal in der infobox der ist wirklich super praktisch und nimmt kaum platz weg habe ich mir noch mal diese ob er für den euro so klar zwei kleine boxen gekauft weil ich habe noch ein paar plätze frei deswegen die müssen auch noch voll gemacht werden so dann dann fand ich total niedlich also ähm ich schon mal ein kleiner spoiler ich werde natürlich auch ein weihnachts gewinnsspiel machen klar jeden monat ein gewinnsspiel bis ihr jetzt mittlerweile auch schon und da habe ich bei teddy weihnachtsfieber weihnachtsfieber begleiter das sind das sind diese süßen tabletten also wie ihr seht die waren auch runter gesetzt das heißt aber nicht ach ich weiß nicht warum sie runter gesetzt waren weil mindestens haltbar bis mai 2021 also entweder werden die aus dem sortiment genommen aber ich fand die so süß und die werden dann halt auch eventuell also entweder wirklich in einen trashpäckchen rein als kleines goodie oder als um in den weihnachtsgeschenkverlosung bei gelegt werden dann habe ich im moment in schützbeilte kielst du schnitt bei kielten schon nicht durch um ich entschuldige mich für meine haare heute aber um manche bei instagram haben mich angeschrieben und gefragt ob ich nicht mal lust hätte weil sie durch meinen youtube-videos gesehen haben dass ich die köln-göln-methoden mit mache ähm wollten die unbedingt mal sehen dass ich ja was wie das bei mir aussehen würde so und da ich ja die methode selber also die die pflege mache ich ja schon die ganze zeit mit nur mache ich halt ähm zu selten dass wir den kneten und dass man die locken wieder in form bringt ähm wollte ich jetzt eigentlich mal mit anfangen ihr könnt ja ihr könnt mir ja mal sagen wie ihr das findet äh ob sich das äh ob das besser aussieht ob das ob das dann mal so oder so oder ich mach gleich mal eine umfrage rein mal gucken aber ihr könnt mir ja sagen was euch besser gefällt dann einmal runter in den kommentaren so dann bei teddy gibt es immer dieses power rate ja ähm ich glaube das war für jetzt mit mit versand mit mit fand äh für 1,75 mein mann der liebt dieses gesetz also ich habe es gestern noch mal nach langer langer zeit weil ich habe ihm zwei flaschen gesetzt zwei zwei flaschen gekauft eine hatte natürlich schon leer ähm also ich bin ganz ehrlich ich habe es jetzt gestern noch mal nach langer zeit noch mal getrunken und also damals fand ich das total geil mittlerweile äh geht geht so ja so so pralle finde ich das gar nicht mehr das ist mir irgendwie zu süß ähm so genau dann habe ich einmal für den euro bei teddy so eine für dich geschenkbox da sind ja immer diese gummibärchen drin ja ja finde ich so als kleines mitbringsel oder so finde ich die total niedlich und um da freut man sich eigentlich auch immer mal ja auch wenn das nur eine kleinigkeit ist hauptsache man hat an jemanden gedacht ähm genau dann habe ich mir war das bei teddy ja bei teddy war das habe ich mir einmal die büroklammern für den euro mitgenommen dann einmal ein pinselschwamm für einen euro die finde ich zum beispiel ganz schön irgendwie um wenn man einfach nur ein paar effekte machen möchte oder so zum tupfen finde ich die ganz cool okay ach action ich habe noch was vergessen äh euch zu zeigen bei action und zwar ist das einmal so ein animal world äh ein bär der war glaube ich für 45 cent ich habe eigentlich versucht ein komplettes set zu bekommen mit waldbewohnern aber äh da waren nur einzelne und da waren dann nur noch hyänen und giraffen und äh den fand ich jetzt als einziger so als waldbewohner und eigentlich schade ich denke mal dass einfach nur die falsche saison ist dann einmal von teddy für 10 cent fand ich total niedlich gut die ecken die sind ein bisschen ausgefranst werde ich mir aber mit bastelleim wieder ein bisschen befestigen aber das sind äh zwei sterne die man zusammenstecken kann zum bemalen bekleben und verzieren ja und ich finde für 10 cent kann man echt nicht sagen also ich verstehe gar nicht ja gut wäre es wäre eine frechheit wenn sie das jetzt wirklich noch für den vollen preis von 1 euro 25 verkauft hätten aber sowas lasse ich nicht liegen kann ich einfach nicht nicht wenn alles wenn so sachen auf 10 cent runter gesetzt sind gut dann bin ich mich jetzt auch schon bei den kick sachen dran und das ist wirklich gar nicht viel und zwar einmal den aquarell block für 50 cent den habe ich meiner mama gekauft nachdem das video jetzt gleich fertig ist wird sie mich nachher auch von mir kriegen dann einmal auch für 50 cent das ist auch ein block und zwar hier vorne sind halt so aufkleber drauf wenn man sehen kann finde ich natürlich total blöd dass sie jetzt direkt hier vorne drauf geklebt haben diesen preis schild ob man das überhaupt noch anständig abkommendes frage naja dann haben wir hier auf der zweiten seite haben also buchstaben als aufkleber und dann halt so so blöcke mit verschiedenen designs drauf ne fand ich auch total niedlich äh so mit holz und finde ich total cool und meine mutter die ich kann auch gerne ihr kanal mal unten verlinken die macht total geile sachen wirklich die meine mutter die ist äh in dem punkt wo ich glaube ich komme sehr viel auf meine mutter äh sie bastelt auch ohne ende sie hat ähm sie macht sich zum beispiel die macht wirklich ähm moment kann ich euch zeigen was sie zum beispiel macht das hat sie jetzt für mich gemacht äh extra für ähm für wanderpakete zum beispiel oder für ähm oder für Verlosungen und so um eine kleine überraschung da rein zu tun ähm macht sie zum beispiel solche boxen hier selber ja die man dann so und dann ja oder sie macht selber hier so kleine Taschen mit einer kurdel hier oben also wenn euch sowas auch interessiert dann schaut gerne mal auf ihren kanal vorbei ich werde den unten in die infobox mal verlinken sie macht echt richtig geile sachen vor allen dingen hat sie das äh ganze zeugt auch dafür meine gute leute äh sie hat blöcke ja wie sand am meer schaut mal auf ihrem kanal vorbei lohnt sich definitiv so wo war ich jetzt dran ach ja genau ähm dann habe ich mir bei mir bei kick einmal home und dinner für 1,19 Euro so zwei Snackschalen mitgenommen also ich finde die zum Beispiel ganz süß so zum bei ja für für Dips oder so oder ne ähm ja finde ich total süß wollte ich einfach mal mitnehmen so dann für zwei Euro ist ach das war auch Tegi entschuldigt es kommen ja alle irgendwie komplett durcheinander ne aber hauptsächlich sagt euch wovon das ist äh für zwei Euro einmal basteldekoration zwei Stück das ist einmal so so ein Rasen dann wieder kick zweimal für 1,99 habe ich mir so so Holzscheiben mitgenommen finde ich ja total geil ne vor allen Dingen so mit einer Kerze drauf schön dekorieren mega cool auch zum basteln und dafür brauche ich die nämlich auch tatsächlich gerade dann habe ich mir einmal Modellierwerkzeug für 1 Euro mitgenommen vor allen Dingen Werkzeug ne auch von home und dinner ich fand das ganz fetzig ich will auch hoffen dass es was aushält also wirklich stabil sieht das jetzt nicht aus vor allen Dingen weil ich gerade sehe dass viele schon einen Bruch haben schaut mal seht ihr es auch da also das ist ne Frechheit ne klar für 1 Euro will er für 1 Euro fange ich jetzt nicht an zu weinen aber ähm es ist trotzdem blöd und muss irgendwie mit Panzerklebeband oder sowas machen wunderbar so dann habe ich mir einmal für 1 Euro so ne kurdel ja das seht ihr jetzt glaube ich nicht oder doch seht ihr wohl so rosa-weiße kurdel geholt da sind insgesamt drauf 45 Meter für 1 Euro kann man echt nicht meckern denn Bastelstäbchen 50 Stück für 1 Euro das sind wie so kleine Eisstäbe könnt ihr euch vorstellen ja dann für 1,50 Euro kleine ja so kleine Holzscheiben dann für 1 Euro habe ich mir einmal so Etiketten mitgenommen das sind 32 x 8 also jetzt kapiere ich die Welt nicht mehr hier steht einmal 32 x 8 und einmal 64 x 33 x ah ok 8 Bögen ist schon klappt ne nein 32 Bögen mal 8 Aufkleber aha ok jetzt habe ich es ich denke ich habe es geworfen so und zu guter Letzt zweimal runter gesetzt auf 10 Cent alle beide sind so Party Picker für Halloween einmal hier so mit Skelette die schimmern auch so ein bisschen so flickflackfarben mäßig und einmal so ähm Hexenhüte und kleine Eulen auch für 10 Cent fand ich total niedlich und ähm sowas darf bei mir nicht liegen bleiben das ist ganz schlimm ich glaube manchmal ich bin doch ein bisschen kaufsüchtig aber ja meine Lieben das war es auch schon mit dem Roll das war ja jetzt wirklich einmal Kick einmal Teddy und einmal Action und wirklich alles für winzig kleines Geld deswegen musste ich einfach zuschlagen tja wird ja auch gebraucht ne also so ist es ja nicht ich hoffe euch hat mein Video gefallen wenn ja dann bitte einmal Däumchen nach oben wer ist noch ein Schatz einmal auf Abonnieren drücken wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Tschüss zusammen